Guten Tag, Jesse. Mein Name ist Detective Coleman. Ja, und? Was wollen Sie von mir? Kathy Morgan wurde letzte Nacht ermordet. Oh. Okay, was hat das mit mir zu tun? Sie sind öfter bei Kathy zu Besuch gewesen. In welcher Beziehung standen Sie wirklich zu ihr? Wir haben gar keine. Wir waren Nachbarn. Da sieht man sich halt ab und zu. Hatten Sie eine Affäre mit Kathy? Was? Nein. Wer behauptet sowas? Ja, da würde mir irgendjemand was in die Schuhe schieben oder so. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. Ich habe mit der Sache nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. In dem Zimmer haben wir Ihre Fingerabdrücke gefunden. Und Ihr Alibi ist mehr als fragwürdig. Sie kannten Kathy besser, als Sie zugeben wollen. Jesse. Sie waren in den letzten Monaten regelmäßig bei ihr. Dafür haben wir mehr als einen Zeugen. Jesse, bei einem Geständnis wird dein Urteil womöglich milder ausfallen. Seien Sie ehrlich mit uns. Spielen Sie uns nichts vor. Ja, okay. Ich hatte was mit ihr, aber... Die Fotze hat mich einfach fallen lassen. Ich wollte nicht, dass sie... Sie hat es verdient. Okay, sie hat es einfach verdient. Sie hat es verdient. Ich hab eine Heidelbe. Ich wollte nicht die jetzt einfach... Ich habшая nichts vers�� wordt. Ich werde es mir manchmal aus überhatsen. Aber es wäre ja nicht, weil ich frage mich. Ich werde es mir sagen. Ich danke dir, das war nicht. Und dann! Ich habe sie nicht. Wirklichkeit. Andere H timer vidéo an. Vielen Dank.